Ja, hallo und guten Tag hier. Heute gibt es wieder was zu die Ohren in meinem schwarz-gelben Alemannia-Podcast aus dem Blog. Heute gibt es einen wöchentlichen Rückblick mit der gelebten Kommunikation, die Vorstellung eines neuen Sportdirektors und die Weiterfahrt in der englischen Woche auf der Mission Klassenerhalt in Wiedenbrück. Darüber reden wir in dieser siebten Podcast-Folge. Mein Name ist Dirk Fömer. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Montag und weil heute Montag ist, ist der Start in die englische Woche geglückt und das alemannische Wochenende schon wieder vorbei. Und wieder war es ein aus rein alemannischer Sicht ein gutes Wochenende. Aber bevor wir zu diesem eigentlichen Spiel kommen, das die Alemannia am Samstag auswärts beim SC Wiedenbrück bestritten hat, blicken wir mal kurz zurück in die vergangene Woche. Ist es euch den Alemannia-Fans auch aufgefallen, die Alemannia ist momentan so kommunikativ wie selten zuvor. Sei es die Stellungnahme zur missglückten Verpflichtung von Michael Setten oder die nachgeschobene Stellungnahme, warum letzte Woche gegen den KFC Uerdingen nur 3000 Zuschauer ins Stadion durften. Wobei man dir ja gerne noch vor dem Spiel gelesen hätte, um den ganzen Unmut zu befriedigen. Wir haben auch einfach mal so in die Fanrunde gefragt, was das perfekte Stadionfeeling für uns Fans ausmacht. Ja, lege es in der Tech. Die Alemannia ist ja mal richtig Faner unterwegs. Ist das Meckern in der Vergangenheit ja doch angekommen, beziehungsweise das, was uns seitens der neuen Alemannia-Führung versprochen wurde, bei deren Wahl. Uns Fans einfach mal mitnehmen. Wunderbar, oder? Und schön, wenn man dann so eine Verbesserung sieht, wo das Versprochene auch in der Tat umgesetzt wurde. Besser geht immer, aber das ist schon mal ein Meilenstein in der Alemannia-Geschichte. Aber nur nicht nachlassen, liebe Alemannia. So wollen wir euch. Am Donnerstag wurde unser neuer Sportdirektor Helge Hohl offiziell am Tivoli vorgestellt. Natürlich wusste es die Aachener Zeitung bereits einen Tag vorher. So wie fast immer. Als Alemannia würde ich ja die Tischkante beißen. Vielleicht sollte ein neuer Sportdirektor dafür, dass das Heft des Handelns wieder die Alemannia übernimmt. Aber wer ist denn unser neuer Sportdirektor Helge Hohl eigentlich? Den meisten von uns war er bis dato nur als Trainer bekannt. Als er hier in der Aachener Region 2014 Trainer beim Landesligisten Hertha-Walheim war. Und innerhalb von nur 18 Monaten vom Jugend zum Seniorentrainer aufstieg. Sein dortiger Erfolg sprach sich schnell herum, sodass er den nächsten Schritt absolvierte und zum SV Bergisch Gladbach wechselte. Dort formte er einen Kader, mit der er aus der Mittelrheinliga in die Regionalliga West aufstieg. Und auch wieder Abstieg, dank Corona-Pandemie. Trotz Abstieg blieb er dort und führte den Verein wieder im Kreis der Aufstiegskandidaten. Ehe er im Winter seinen Abschied verkündete. Die Alemannia rief und Helge Hohl nutzte die Chance, nun einen weiteren nächsten Schritt zu vollziehen. Nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor in Aachen. Natürlich lavierte man ein bisschen herum. Aber wer zweifelte ernsthaft daran, dass er nach seiner Vertragsauflösung beim SV Bergisch Gladbach zu Alemannia gehen würde? Einhergehend mit der Bekanntgabe kamen aber, auch das ist Alemannia-typisch, direkt schon die ersten Vorbehalte von den eigenen Fans. Wer ist das? Warum brauchen wir einen Sportdirektor? Ist er nicht so jung? Kann er überhaupt mit dem Fuhat? Und kann der Fuhat überhaupt mit ihm? Ja, mein Gott, lasst den Helge Hohl doch erst einmal hier machen. Fuhat Kilic als Trainer, Sascha Eller als kaufmännischer Geschäftsführer und nun Helge Hohl als Sportdirektor. Das klingt nach einem guten Plan eines neuen Teams, das die Alemannia in eine bessere Zukunft bringen will. Vielleicht haben sie die Ideen und den Blick, das Bestmögliche hier herauszuholen, wo deren Vorgängern leider daran gescheitert sind. Man konnte ja zuletzt meinen, wir hätten mehrere Schleudersätze in der Geschäftsstelle und neben dem Trainerstuhl. So oft dort die Personen darauf wechselten. Nun ist es aber seit dem Donnerstag endlich offiziell. Alemannia ist wieder komplett in der sportlichen Führungsetage. Warten wir mal ab, wie sich unser neuer Sportdirektor so gibt, auch uns Fans gegenüber. Herzlich Willkommen und gutes Gelingen, Helge Hohl. Gut gelungen war auch der Auftritt in Wiedenbrück. Vor dem Spiel wäre man ja mit einem Punkt zufrieden gewesen. Da war man sich einig. Die Mission Klassenerhalt führte uns zum ersten Mal im neuen Jahr auswärts zum Tabellensechsten. Wenn man sich erinnert, wie man unglücklich das Hinruhtenspiel verloren hatte, mit einem Kaktor des Monats durch Keeper Joshua Moss, in der 86. Minute, da sollte diesmal mehr Ball rausspringen. Die Brust war eigentlich breit genug, nach zwei Heimsiegen in Folge. Da war die Mannschaftsausstellung dann doch etwas überraschend. Statt aggressiv offensiv sollte es erst einmal geschlossen defensiv angegangen werden. Nach langer Zeit war auch Peter Hackenberg wieder in der Startelf vertreten. Diesmal allerdings im Mittelfeldzugange, vor der Abwehr. Manchmal oder besser nur der Fußball, schreibt die schönsten Geschichten. Denn eine furchte Alemannia beeindruckte die Wiedenbrücker am Anfang so sehr, dass man gar nicht ins Spiel kam. Und Peter, unser Pitt Hackenberg, schoss mit einem Traumtor in den Winkel aus 25 Metern dann auch noch das 0 zu 1 nach 10 Minuten. Marke Tor des Monats Februar. Fantastisch einfach. Wenn man bedenkt, dass wir die Bälle in der Hinrunde bis zur Torlinie getragen haben, war dies schon der dritte Treffer aus der Distanz. Was ein Wahnsinn. Und die Alemannia verkaufte sich guten Wiedenbrück. Auch wenn man kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit nicht das Gegentor zum 1 zu 1 doch noch einfing. Kämpferisch und läuferisch legte man wieder alles in die Waagschale und am Ende hätte man sich fast noch belohnt, wenn der Schiri seinem Linienrichter nicht doch irgendwie komisch entschieden hätten. Einmal gab es ein Foul an der Strafraumgrenze, zweimal wurde auf Absatz erkannt, wo man auch sagen konnte, naja. Am Ende soll es den Erfolg, dass man einen wichtigen Punkt geholt hat, nicht schmälern. Denn die direkte Konkurrenz holte keinen einzigen Punkt, sodass die Mission Klassenerhalt weitergeht in der englischen Woche. Seit vier Spielen ist man nun ungeschlagen. Wenn man das Schalke-Spiel, das letzte Spiel des letzten Jahres, dann noch mit zuzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzter Fall war. Vier Spiele ohne Niederlage. Das hatten wir lange nicht mehr. Wir stehen immer noch über den Strich und nun kommt am Mittwoch das Nachholspiel gegen den VfB Homberg um 19.30 Uhr auf dem Aachener Tivoli. Und am Samstag kommt die starke U23 des 1. FC Köln zum ALAV-Treffen auf der Tivoli. Dann spielt die Alemannia per Ausnahmegenehmigung diesmal im Karnevalstrikot, statt im Heimtrikot. Das Karnevalstrikot wurde in Kooperation mit der Alemannia und dem Aachener Karnevalsverein, kurz AKV, zum diesjährigen Fastelovend im Hochdeutsch Karneval, entworfen. Und weil es diese Kooperation gibt, wird der AKV eigens mit einem Übertragungswagen und sechs Kameras live am Tivoli dabei sein, mit allem Zipp und Zapp, was dazu gehört. Aber das hört ihr dann in einer Woche wieder hier, bei mir. In diesem Sinne, würde TSV und auch Alav. Danke, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche dann, sofern ihr mögt. Dann hören wir uns wieder. Tschüss, sagt der Kartoffelkäfer Dirk.